Ach ja, apropos... Alarm! Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So... Ich kann ja doch hier schon Vipern produzieren. Ist das geil. So, total übersehen die ganze Zeit. Keine Zeit zum Plaudern. Bin im Einsatz. Ja, wo semmel ich meine Schiffe immer hin? Das ist ja... ...nicht feierlich. So, vier Tonnen Stahl. Dürfte ja jetzt auch was bringen. So. Hier unten kann ich sowas wie eine Viper auch nicht produzieren. Nee. 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 Geht nicht. Aber für Flugeinheiten mache ich jetzt nochmal... ...zwei von denen. Muss ja doch recht gut genutzt werden. Neues Fahrzeug. Schön, dass ich schon ein paar neue Fahrzeuge habe. So, weg mit den ganzen Warnungen. Wir regen jetzt mich grad ein bisschen auf. Ich muss hier mal wieder ein bisschen Überblick schaffen. Du hilfst bitte. Ich versenk da miteinander schnell mal das U-Boot hier. Wir fixen mir jetzt beide Schiffe an. Was soll denn jetzt der Käse? Gut, dass wir hier zwei Reparaturblocks haben. Geht hier noch ne Viper? Ne, da fehlt die Munition für. Aber die produzieren wir ja eh. Aber so ist ja super. Gut, ich setz glaube ich schon wieder auf zu viel Viper. Registriere neues Fahrzeug. Aber ist ja jetzt eh nicht verkehrt. Dann versenke ich ihm zumindest mal die U-Boote. Das zumindest. Und hier das U-Boot fange ich auch noch schnell ab. So, genau. Schieße mit dem Hintern. So. Diese Einheit ist ersetzbar. So. Schön, dass diese Einheit ersetzbar ist. Aber das interessiert mich den Scheißdreck, ob die ersetzbar ist. Registriere neues Fahrzeug. Gut, jetzt geht mir schon langsam wirklich die Kohle aus. Wo ist der mit der IMP? Okay. Wen oder was von mir ist du hier? Hm. Menschliche Individuen bedrohen meine Systeme. Ich kann das nicht dulden. Ja, schön für dich. Interessiert mich den Scheiß. Schiffswerft, Schiffswerft. So. Achtung. Getränkevorräte gehen zu Ende. Was fliegt denn der hier rum? Okay, was muss ich mit einem IMP sein Schutzschild deaktivieren, seine Verteidigungsanlagen ausschalten, seine Kernsysteme zerstören. Oh Mann. Es wird eine halbe Ewigkeit dauern, dass ich das hier wirklich hinbekomme. Ich bin Vater. Ich kontrolliere alles. Sie werden vernichtet. Okay, jetzt mangelt es an der Kohle. So. Sie sind berechenbar. Sie versuchen mich zu deaktivieren, aber ihr Vorhaben wird scheitern. Ich müsste so viele Einheiten wie möglich mit einer IMP ausschalten. Das wäre das genialste. Puh. Steuerung 1 bist du. So. So, ich tauche jetzt mal ab und erkund die ganze Sache. Von unten hier. So. Ich bin gespannt. Hier wird... Neue Inselkoordinaten erfasst. Ja. Ob ich in den IMP reinladen kann? Wäre zum Ausprobieren, aber für das habe ich jetzt auch die Kohle nicht, dass ich noch ein Ding mache. Ach, da ist er unter Wasser. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Jo. Genau auf das Verkehrte. So. Das ist hier gleich mal Schicht im Schacht, du scheiß U-Boot. So. Jetzt spionieren wir hier mal eine Runde aus. Wo er hier die U-Boote her produziert. Weil dieser unerschöpfliche Nachschub, der irritiert mich schon ein bisschen. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. Ein Tiefseekontor. Eine Akademie. Ja. So. Die irritiert mich jetzt schon ein bisschen, die Akademie. Aber die ist jetzt nicht bei Weitenwild. Fahrzeuge daran fertiggestellt. Tauchroutinen werden geladen. Okay, okay, okay. Ich stehe zu ihrer Verfügung. So. Jetzt haben wir hier. Wieso sind hier gelbe Einheiten? Ist ja auch sehr intelligent. dass wir, dass die gelben Einheiten... Hier werden zwei gelbe Einheiten. Ihr Plan ist fehlerhaft. Sie können mich nicht stoppen. Hm. Es geht schon, es geht schon. So. Jetzt muss ich wohl oder übel. Nicht jetzt. Ich bin in einer dringenden Angelegenheit unterwegs. So. Wenn ich noch Kohle hätte, dann könnte ich ein paar Dinger produzieren. Aber nö, habe ich ja nicht mehr. Deswegen muss jetzt die Aktion hier ein voller Erfolg werden. Sonst kann ich mir hier ja alles in die Haare schmieren. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Achtung, Getränkevorräte gehen zu Ende. Ja, hilft nicht. Ich. Registriere Abwanderung der Bevölkerung. So. So. Alarm. Registriere Angriff auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Machen wir alle aggressiv. So. Machen wir eben die Schiffsflotte auch noch kaputt. Oder die Möglichkeit der Schiffsflotte machen wir kaputt. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Okay, hier gibt's jetzt Schnellversenkung. Jetzt mache ich die Dinger kaputt und dann flüchte ich nochmal zurück zur Insel. und repariere mir mein Zeug. Was ich hier für den Großschlag gewappnet bin. Warentransport auf Handelsroute. Negativ. So. So. Aber ich muss mich jetzt echt um andere Sachen kümmern. So. 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 Computer. Jetzt. Armin. Einen Ausdruck auf eines ihrer Fahrzeuge. So. Erledigen sie diesen Auftrag möglichst zügig. Jetzt schicke ich euch wieder zurück Ich würde echt gern wissen, wo er die U-Boote her produziert